Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Info-Video. Und zwar, ich bin Hobby-Youtuber. Und ich weiß manchmal nicht, auf welches Spiel ich Lust habe zum Livestreamen. Und weil ich jetzt gerade sehr viele Videos vorproduzisiere, habe ich manchmal keine Ahnung, was soll ich Livestreamen. Manchmal weiß ich, manchmal keine Ahnung, auf welches Spiel ich Bot habe zum Livestreamen. Weil auf diesem YouTube-Kanal kommen geplante Livestreams. Splutane Livestreams auf Twitch. Naja, und ja, manchmal müssen wir auch Hobby-Youtuber, wer Hobby-Youtuber ist oder richtiger YouTuber, die müssen eine richtig gute Idee haben. Aber wenn ihr Hobby-Youtuber machen wollt, muss ja auch wissen, wer auf welches Spiel, ihr habt ihr Bot zum Livestreamen. Zum Livestreamen. Naja, also Leute, haut rein. Bis dann. Schaut, schau. Ich wollte, das ist noch ein kurzes Info-Video. Ja, ja, ja.